Wie kannst du deine Laufschuhe putzen? Zuerst einmal trocknen lassen, dann nachher brauchst du nur eine Bürste und eine Küchenrolle und dann startest du, die trockenen Schuhe abzubürsten. Du siehst, da geht schon einiges an Schmutz runter, sogar bei diesen weißen Schuhen. Im Vergleich siehst du schon, das ist schon mal alles runtergegangen. Dann eine Küchenrolle noch ein bisschen mit Wasser befeuchten und dann noch feucht über den Schuh wischen. Ganz wichtig, bitte die Schuhe nicht in die Waschmaschine geben.